Tja, anscheinend hat die Kamera wohl keinen Bock. Na dann herzlich willkommen zu einem sinnlosen Video zum neuen Rocket League Update. Und wir testen das jetzt mal. Der Bode ist auf total Loob eingestellt. Ey, damit war auch was sie schließen kriegen. Also, dann wollen wir es mal testen. Wow! Noob! Ich hasse mich. Ich mag fliegen bei Rocket League nicht. Eigene Richtung. Noch mal Tor. Wenigstens, dass Dinge in irgendeinem Korb rein. Mini würde mich so umbringen, wenn du das siehst. Ja, ich kann man auch in eigene Richtung spielen. Das schreibt mich der Alex an. Ich mach aber gerade ein Video. Ein beschissenes Video. Weil ich ein totaler Noob in Fliegen bei Rocket League bin. Und besser in Tore schießen. Weil ich schon immer der Fußballprobe. Ich bin seit Geburt an schlecht in Basketball. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht weil ich so klein bin. Ich bin ein Winzling. Und ein Witz. Meine Freundin nennen mich selbst den Hobbit. Sie meinten, Wahrscheinlich ist Frodo noch gegen mich ein Riesel. Wieder verschütteln. Ich bin einfach so schlecht. Geht das auch? Option gefunden. Jetzt geht rein. Geh da rein. Macht das behindert. Ja, mach mal beste Vorlage hier. Ich glaube, das ist ein Müll. Ich bin kein Plastika. Und das ist ein Müll. Ich bin doch nicht so scheiße. Ja, 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 ja. Ich bin kackeln. Das ist ein Schraub. Ja, 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 ja. Nein. Nein, Fallschüttel, Stuck Auto. Nanananana, verfehlmen. Ja, ja, ja. Aus Sinnlosigkeit wird ein Korb, danken. Ach ja, habt ihr verstanden, Korb, ne? Oh Mann, ich bin so, wie es euch geht. so scheiße mit profiliert wird schon alle Zeit Welt um das Ding da rein zu bauen guck mal hier gebe ich ihm noch anstoß aber wie gesagt Gott ist auf Total Noob gestellt er kann also nur schlechter sein als ich die Wachstum und nicht Ruhe verwendet das muss ein Experte sein und die eigentlich noch mal hochkicken oder wo und schlecht und zugelegen ich schaue ich lief jetzt schon wieder in den Kommentaren guck euch den Wosten an so blöd dass man mich hierzu zwingt ich sollte meinen Computer abgeben gegen so ein Netbook eintauschen damit ich nur noch Support machen kann um mir den Fame bei anderen abzugreifen ach nee das machen wir ja auch so schon aber ich traffe auch wenn es grundlegend schlecht ist jetzt ich bin ich bin ich bin du bist ich bin ich bin der Schlechter unter den schlechtesten da Nein, Ball geht da rein da schäuft sie rein da oben immer noch nicht verpüßte ich meine großmutter würde mir auslaufen er hat hier bei schneller jüngchen in dein alter war da hat nicht reflexe wie eine junge geparin habe ich mal eben um die ecke hier laufen und das in 0,3 die kunden kompletter ja auch viel los muss bleiben beim unternehmen war ja ich hoffe ich habe gesagt als antemme dafür gebe ich meine moderation auf ich werde trucker ja 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 ja